Du Fickerditsch, wieder durchdrehe! Scheiß, verwehe! Geht nicht mehr die Karre! Wir sind da, los! Wir steigen aus, wir machen jetzt Klassenfahrt auf den Markt! Das ist der weiteste Klassenfahrt, die ich eh hatte. Das wäre echt geil, wir packen einen Koffer und auf morgen bleiben wir stehen. Wir machen einfach hier dann, ne? Machen wir das Brett auf, ich sterbe gleich vor Wärme. Bitte, Elling, bitte! Warte, bitte, das machst du, dann bist du mein König der Nation! König? I said you, what's up! Warte mal, schäme mal raus! Oh mein Gott, das jetzt kommt mir immer näher! Nein! Oh, er ist so sexy! Elling! What? Oh yeah! Yeah! Also, das ist ja mal epic fail, hä? Aber, epic! Also, was ist gerade eben passiert? So wie meine Kopfhörer! Auto ist aus und tot! Was ist das dein Penis? Auf ins Borkäfer an! Ich auf ins Batorin! 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 Nur, wer klappt hier? Paul kommt mit fix! Loser! Vielleicht gibt's Kopfhörer drinnen! Aneu! Aneu! Aneu, höre! Renn! To die head! Renn! Wann muss ich überlegen? Aue! Aneu! 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 Fein! Du Max sitzt alle ganz vorne! 52-facher optische... Oh, sieess! 52-facher optischer Zoom! Was gibt's aus dem Riss? Bekomm dein Kack-i-Pod nicht! 53-facher aus dem Riss! 52! 53 ist aus dem Riss besser! Ja, Mann! Gibt das? Poker Face! Ruck, 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 ruck! MOOOOO! HALLO! HALLO! HAUER! Sagt Ihr alle, dumm oder wie? Was hast du dir gekauft? Patrine und eine Tutatula! Oh yeah! Das wird's ja warm. Eine Cookie-Cole-Gibli. Sechs, jetzt werden meine Ohren rauskommen. Wir gehen jetzt raus! Bamm, bamm, bamm! Scheiß Ohren, die wollen einfach nicht. Das ist die Tue. Muss man sie jetzt mal so behandeln, dass... Sex-Batterien müssen allein, hm? Für Sex! Epic geht's! Vierer Plus? Nein! Vierer Plus? Nein, falsche Möchung getreten. Ja, nach drehen wir jetzt einen Schlitz-Hüpfel, wenn der Fall schon nicht guckt. Guck mal, das ist eh mal vorne dran drehen. Gesandt. Jetzt die Batterien. Ich glaub, das war's jetzt hier. Gut und günstig. So ist das, was die Landfahrt geht, gibt's zurück. Die Tschech, das Papier für die Tscheche geholt. Gehen wir heim, zum Urlaub. Eine Dockstation für den iPod. Jungs. Guck! Angst! Wo der Feder ist, muss der Knüppel hin, hm? Genau. Nein. Wo der Feder ist, muss der normale hin. Das ist das Glatte auf Sex-Batterien. Das Glatte. Guck mal bei Augen in die Brüche. Warte! Wie traut du einfach rein? Bist du schwul? Mach Figaro an! Was kommt hier anders? Ja. Oh, komm! NDR Sachsen, das geht ab. Bist du einstellen, du? Bist du einstellen, du? Bist du einstellen? Wir sind in den Älterlein, was erwartest du? Bist du einstellen? Bist du einstellen? Mach! Los! Was ist das Relay, glaube ich? Ja. 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 Wir fragen jetzt bei der Stadt, ob wir dann die Gorde kriegen hier. Ja. 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 I'm gonna fuck you softly I'm gonna screw you gently I'm gonna hump you sweetly I'm gonna bawl you discreetly And then you say hey a bunch of flowers And then you say wait a minute sorry I think I got something in my teeth Could you get it out for me? That's fucking teamwork What's your favorite dish? That's cool with me I think I'm my favorite but I do it for you What's your favorite dish? I'm not gonna cook it but I'd order it For Sands of R And now I'm gonna love you That I'll fucking fuck you discreetly And then I'll fucking moan you completely But then I'm gonna fuck you hard Aaaaahhhh Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tch That shit dude Scheisse! Headbang! Bodyboys! Waaay! You wanted to! Why'd you leave the kids up on the table? You wanted to! I don't think you tried! In... My... My... Self-righteous to resign I... Find... Angels deserve to die That guy's shure that night No! Why would you put a little make-up? I just got to pay you with me I just got to pay you with the kids up on the table You wanted to! You wanted to! I just got to pay you with the kids up on the table You wanted to! You wanted to! We need the kids up on the table You wanted to! Hold on! I think you tried In... My... Self-righteous to resign I... Honey... Was angels deserve to die in mind Self-fledgered suicide Was angels deserve to die I'm going to admit my spirit Why have you forsaken me And your eyes forsaken me Fail Ich hab ausgemacht wegen Paul, dass er weiter singt Sing, Paul 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 Der UB-Bus! Und nicht aufs Bier an! Was willst du denn machen, Bro? Jawoll! Wundervoll! Hey, komm! Da oben ist gleich! Ja, komm doch, komm! Da haben wir einen Haufen Platz drinnen! Unser Bus! Unsere perfekte Rettung! Sitzen wir aber genauso hier auf dem Kippe! Da haben wir mehr Platz drinnen, ist doch wie warum! Scheiße, Jürgen, wir sitzen da einfach genau... Also, wir weg von dem letzten Bus! Ja! Wir haben einen neuen Bus! Wir haben einen neuen Bus! Und was ist das? Was ist das? Ich hab ihn! Okay! Ja! 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 Wir haben einen neuen Bus! Wir haben einen neuen Bus! Ja, du stirbst! Was? Stell dich doch mal an, ey! Moment! Needless to say! The beast is done! We crack with this from the tail! Kennen wir hier die Belüfte mal bis hoch! Ja! We crack with this, we crack with this! We crack with this! We crack with this! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. This is not the greatest song in the world. This is not the greatest song in the world. Yo, it will blute. Yo. It will blute. You're evil. Mein Handy habe ich gegessen. Mein Handy habe ich gegessen. Mein Handy habe ich gegessen. Adios. Wo ist meine Handy-Tasche? Oh, shit. Der Song we sang on the table. Didn't actually sound anything like that. Mein, ich bin über hier. Stimmt hier, oder? Schlafen wir hier. 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 Nicht schlafen. Nicht schlafen. Ja. Was machen wir jetzt? Eis essen! Paul, welches Eis willst du essen? Gib mir ein Eis! Pudding Eis! Ich spiel Pudding Eis! Pudding Eis! Wie ist Pudding? Wie geht die Tür zu? Jetzt geht sie wieder auf! Keine bessere Tränke als Pudding und Steine! Steine? Steine? What the fuck? Der Blumenkasten! Der Blumenkasten ist extrem sexy! Das muss man echt mal festhalten! Awesomester Blumenkasten ever! Olé! Ja! Ich bin glaube das ist ein übelster Eimer für 3,50 Euro! Ich bin so ein bisschen zu essen! Ich bin so ein bisschen zu essen! Ob du den schaffst? Schmeckt's? Ich bin auf einer Anti-Diät! Ich esse so viel Fett wie möglich! Musst du mir nicht zulegen! Gleichzeitig! Man erinnert wird mir nicht sein! Ja! Filmen! Boah! Ja! Film doch die Arme mit! Das ist mein Rechapone-Darsteller! Ja! Das haben wir hier mit Stückchen! Mit Stückchen? Ja! Ja! Ja man! Ja man! Ja man! So lange wie es geht! Du steckst in den Mund! Jawoll! Steckst in den Mund! Ja! Schweizer! So! Die bei LeFloid! Was ich so wundere, dass da innen hier so ein Bürger beißt, ohne den vorher so Konkurrenze einander zu machen! Konkurrenze! Konkurrenz! Bin begeistert! Das sagt er auch im Video so! Ja! Konkurrenz! Ja! Oh! Oh! Herr Eugis! Ich will nichts sagen, aber sie sind ein bisschen zu schwer für den Stuhl! Das ist abfällig dafür das! Ja! Ich will was drin machen, dass es nicht abfällt! Das ist ein Handeltape! Tesarrolle! Du bringst erst eine neue Tesarrolle! Der Philipp! Aber es ist es ab! Du stinkst! Tesarrolle! Hickeisch! Achso Max, wie viele blaue Flecken hast? Manchmal schlägt sie mich auch! Was die? Ne! Die blauen Fleckenzähne, was wir das Thema machen! Achso! Die blauen Flecken! Das Tee machen wir uns hier! Das auch! Nomm, 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 nomm! Wie überall, nomm, nomm! Tee time! Mal gucken, ob hier irgendwas mit WLAN in der Nähe ist! Ne, hast du? Bleib ich nicht! Bestimmt eher weniger! Ne, das reicht bis 200 Meter! Der Paul wackelt gern an Bäumen! Na klar! Sparen! Steine! Warte! Egal, ohne Hinter! Wir machen alles kaputt! Moment! Was prügend ist denn? Warte, mach das nochmal! Ich hätte das nicht richtig drin gehabt! Wenn du, trotzdem! Ja, trotzdem. Ja, scheiße, ja. Jetzt sind's laumachen. Meine Kirsche. Die Latenz ist es bloß. Da ist ja noch Verzögerung. Wir auf der anderen Seite wieder einmal. Aua! Warum warum denn das jetzt? Wenn du nicht. Dreh mal. Dreh mal. Warte. Warte mal. Das geht scheiße. Warte, nein. Warte. Warte. Die Penner. Die Penner. Frecke. Die Penner. Die Penner. Ja, scheiße. Hast du eigentlich mal rein gebissen? Ob die schmecken? Die sind sauer. Sauer. Die Kirschen sind aber lecker. Echt? Wo sind die Kirschen? Da. 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 Oh, Alter. Geil hat. Yes. Jeweils geile rote Kirschen. Was gibt's denn? Orsonoris. Orsonoris. Oh ja. Ich hab ne rote Kirsche. Ich hab schon ganz viele rote Kirschen gehabt. Ich hab sogar zwei. Kannste eine haben. Küche. Danke. Ich hab sogar. Nee. Findest du? Ja, ne? Irgendwie ist es nicht bei dir im Boot. Lustig. Dein Kühlbusseidon, ne? Jep. Das war's für heute. Falsch rum, du Vollidiot! Tunnel, Tunnel, Tunnel! Lippo, Gummi! Es ist so dunkel! Tunnel! Es ist sehr dunkel! Heldigkeit des Fahrzeuges ist sehr wichtig! Awesome! Nein! Tust du! Nein! Ich erkenne nicht mal meine eigene Hand! Let's go! 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 Yo! Jess! Jess! Oh yeah! Oh, ja. Leichte Latenz. Reicht doch. 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 Reicht. Reicht. Reicht doch. 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 Du musst dahinter gucken, die rutschen nicht. Echt? Das sind Rutschen, oder? Ja, die rutschen. Raus mit ihnen! Geil, rückische Motor. Das ist gelb, was? Was hast du von der Technik hier eigentlich gemacht? Ach, das ist immer alles da. Ja. Gucken sie an. Schön. Sehr gut. Handy! Handy! Das ist das Gepäck mit vor 14 Jahren. Das ist großartig. Das ist mit der Klosche. Das ist mit der Klosche und der Klosche. Und bei der schöne Klosche ist es. Wir haben nicht dabei. Ich brauche. Max! Spring! Spring ab! Jetzt! Kannst es! Sarah! Sami, hast du dich eingetragen? Das war halt doch! Jetzt im Fernsehen! Nein! Ich will auch was zu reden geben! Ah! Mude! Hau ab! Du bist zu spät! Du bist zu spät! Du hast einen fetten Arsch! Das ist richtig und Metal! Kevin ist stolz auf dich! Schneller! Nein! Scheiße! Ja! Endlich passt aber was mit deinen kurzen Beinen nicht rein! Scheiße! Das sieht so awesome aus! Das den knackt! Doch Donnie rockt! Nein! Das hat Jerry allein gelassen da hinten! Ja! Das ist geil! Das ist geil! Ja! Das ist geil! Sexy! Ja! Ich bin sexy! Ich bin super! Ich bin super! Fokussiert! Ist da Max? Mit der Julia? Cool, ja? Ja! Cool, ne? Wuuuuh! Die Finger am Rücken! Das läuft! Hannes! Das ist doch auch nicht! Das ist nicht zu lang! Das ist es meins! Das ist es meins! Ja! 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 Das ist ein Scheiß-Klingel! Die der Scheiß-Klingeln! Mike! Yo! 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 Mann! Ghetto! Boah! Hab ich mich steigen dazu? Ne Brun! Ne Brun! Ich bin da! In links! Zwischen dem Auto und mir! Weißt du wie Scheiß das ist die Kamera zu halten, obwohl man Rechtshänder ist? Ah ja! Yo! Mehr! 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 Wir haben unsere Fahrt! Nach den ersten 100 Metern! worthig! Nörgeln! In der Sekunden zu lesen, rose hitp opened SS red Schön und zwei Literatur statt. Bem, sei schon mal jetzt. ная bioe web-Latisiste Ok 있게 mission kett Movement ist Anthony Schmidt hat es hinbekommen, sein Vorrat zu verbiegen! Yeah! Oh mein... Warte mal... Warte mal weiter... Warte mal kurz weiter... Bitte! Das ist toll, man! Musik Den hat es fast hingespottet, aber er kommt Fahr doch mal nochmal Kann er nicht Er fährt immer zu den 400 Glaub ich dir Deutschland Wir sind Europaweltmeister geworden Nicht Da bin ich schon fast Musik 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 Funk Spannungen Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ich hab dich trotzdem lieb. Ich dich auch. Lydia! Blockparty! Yeah! Ja! 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 Ich hab mir das Ding entgegenkommt. It's burning. It's immer noch burning. Heiß! Was sehen die aus? Komm auf. Jerry. Du hast voll die Kamera von ablecken. Was machen wir dir heute anfeuern? Kulte Zauberbeschwören. Ich bin getarrisch. Du kannst die Gitarre machen. Holen. Ich hol sie. Ich bewege mich. Der Pascal ist immer noch in der Doppelbett. Der Pascal ist unten drin. Ich bin immer drüben. Danke, oder? Nein. Ich kann sie sowieso. Derser. Der Paul, der ist ein bisschen anzuschig reinpassen. Ne, wie das. Mach auf nich lauter. Mach auf nich lauter. Das ist rechts oben. Nach der Tastatur auch sind. Jawoll. Schau mal auf, dass das ist. Wer ist walking? Es ist ein grosser Mann! Es ist ein grosser Mann! Das ist er noch. Da stehen ganz viele Schafe rum. Schafe? Schafe. Wollische Schafe. Awesome! Philipp! Alte! Boblan du Läden! Gah! Der Philipp macht Satz dazu! Stürze dich in die Tiefe! Stürze dich in die Tiefe! Schnauze! Sexy! Du bist wie bei Adventskalender oder so? Ja, Adventskalender! Was? Adventskalender, ja! Ja, bei jedem kommt jemand raus! Den ist die Julia! Tanzen! Wir haben jetzt unsere Eltern! Wuuuuh! Ich brauche mich, wenn du ab hier! Bäh! 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 Ich bin ja nackig! Der hat ihnen gesagt so! Spiel doch was für dich tönt! Ja! Jan! Bist du sicher, dass dir ganz brav und fest schnitt? Ich bin für ein Nippelteig! Fick dich! Hi! Ja, sieh! Stolz! Ich lass uns mal ganz kurz gucken! So sieht der Teig aus! Sieht ganz toll aus, ne? Na, das hat alles auch gemacht! Ha! Max, was tust du denn hier? Hihi! Ich war mir schwerer zur Nippelteigjagd! Süß! Ich will ja nicht den Stollen jagen! Ich will ja nicht den Stollen jagen! Dein ihren Feuerbraten! Süß! Schneide ich hier nicht! Kann es sein, dass du dich nicht von diesem Fenster wegbewegst? So, jetzt darf es gekommen werden. Gekommen werden? Gekommen werden? Werden gekommen? Werden gekommen? Werden gekommen? Das wird immer dummer. Ich hätte es gerne auf die Hand. Jawohl. Lecker, du. Will noch jemand? Du bist als Teigmonster. So, ich glaube, wenn du den Ring abgenommen hättest, hast du besser. Der hat schon einiges durchgemacht. Was? Ich weiß. Ich komme ans Feuerrand. Toll! Der Finger hat schon einiges durch. Mein Ring! Das wäre doch mal besser. So oder so lustig? Das ist ein Puzzle, ja. Max, du liebst doch alles, was irgendwie in deine Figur reinzutrücken zu gehen. Was denkst du? Was denkst du? So doch einmal ins Fernsehen. Ich müsste es länger packen. Wir haben sogar schon mehr gemacht. Kostet es nicht bloß hier 30 Sekunden. Benny, du kannst doch auch was machen. Nee. Ich will doch nicht essen. Ich gebe dir ja bloß den Tipp. Ist egal. Linde, bitte mehr ans Feuer halten. Das Ding hängt runter. Ich habe mich als Künstler gerade auf meinen Song konzentriert. Ich bin der Song. Ich bin der Song, ja. Danke, der Beifahrer ist berechtigt. Yeah! Ich will ein Kind von Ihnen! Oh, nicht nötig. Es gibt nichts. Das krisen von Philips auch alles. Ja, klar. Ja, klar. Ich bin der Song, ja. Ich bin der Song. Ich bin der Song. Ich bin der Song. aus Liebe zu dir, aus lauter, lauter Liebe zu dir, zu tief gesungen. Das machen nur die Beine von Dolores, dass die Seniores nicht schlafen ging. Wenn die Tore und die Macht adores, sie wollen Dolores auch tanzen sehen. Wenn die Tore und die Macht adores, sie wollen Dolores noch tanzen sehen. So ein schöner Tag. Der Paul hat heute früh das kleine Alte des Holos ausgepackt. Wie macht Linda ihre Haare? Das muss jetzt festgehalten werden für die Nachhalt. Doch. Da habe ich meine Klammer. Stimmt, mein Schminktäschchen. Was ist denn aus? Schminktäschchen? Täschchen. Täschchen. Wo habe ich das alles? Illing. Linda. Janett. Julia. Dara. Elf. Hast du dich Winzen auch mal mit drauf? Ja, ich wurde mal gefilmt. Illing. Und sonst? Alles okay bei dir? Gut geschlafen? Was? Gut geschlafen? Ja. Gut. Was steht hier? Back to the roof? Das ist ein T-Shirt vom CVM im anderen Bereich. Aha. Da weißt du jetzt voll Bescheid, aber gut. Die Eisbären sehen. Bist du immer noch nicht fertig? Doch, jetzt bin ich gerade fertig geworden. Und läufst du wieder ein bisschen rum? Jawohl. Hey. Hey. Was ist heute noch so los? Wir fahren heute ins Nudelmuseum. Ja. Gehen einkaufen. Vielleicht noch ins Panometer. Mal gucken. Machen Salate, grillen und... Feier. Body! Ich mit... ...gelockten Haaren. Jetzt werden die wieder geglättet. I want to drehen the picture. Yeah. Wo weiteln wir jetzt hin? Eindaufen. Wo weiteln wir jetzt hin? Watch out! Finds några long. Facebook von SZCO. Auf harus etwas hinzu. Zu bergen. Aufjex-Enders. xico. Das ist definitiv. Verstehen wir beim nächsten Mal. 02. Mod²? Som obро... nouveau.. die virus theCUBE. Jetzt wird genudelt. Ich fühle mich wie ein DOSC. Zeig war auch ein Rieser. Volle Nudelkraft voraus. Es ist ein Nudelcenter. Was ist Nudelkondor? Nudelkondor. Danke für dieses. Ihre Meinung ist uns wichtig. Ich will nach Hause. Der Abendbrot. Der Abendbrot darf ich mit Mittagessen. Ja, ich weiß. Müsst du vor dem Abendbrot. Nudelnacht. So. Was macht man zur Nudelnacht? Nudeln. Nudeln. Durch die Nudelnärme. Willst du auch Nudelsaft haben? Nudelsaft. Das schmeckt mir. Oh ja. Voll Nudelkraft raus, man. Ist euch das mal aufgefallen? Was? Nein. Guck mal, was da an dem Schild steht. Freilaufende Riesen. Noe. Noe. Nein. Nudeln around, Nudeln around. Nudel, Udo, Udo. Nudeln essen. Ich will nach Hause. Nudelwitz. Deine Nudel ist klein. Erzähl dir uns einen Nudelwitz. Morgen ist es auch noch mal halb. Ich kenne keinen Nudelsitz. Es ist so schön, mal nichts zu tun und nach dem Nichtstun auszulassen. Das ist ein schöner Schild. Danke. Ich hasse Nudeln. Ich hasse Nudeln so krass. Krass ist aber echt. Ich soll sie kaufen, das ist ja das Problem. Sarah, was liegt heute eigentlich noch so an? Wir können jetzt Lebensmittel einkaufen. Lebensmittel. Lebensmittel. Mit der ganzen Gesellschaft. Super. Woooo, Partystimmung. Dann geben wir Hem, also New Herbiker. Hem. Dann nur, dass wir geduscht, weil es ziemlich warm ist. Dann werden wir, wir fleißigen Mädchen, was will ich mal noch anmerken? Ja. Dann werden wir Salate zubereiten. Dann wird wir essen. Und dann wird gefeiert. Party. Voll die Stimmung hier. Was ist das denn? Ginze. Wir gehen shoppen. It's so real, man. Ey, das ist ein Real. Yo. Ich hab hier noch Wasserflaschen. Ich brauch nicht noch welche. It's so real, man. Drei Vorte. Drei Vorte. Drei Vorte, drei hier hier. Drei Vorte, drei hier. Drei Vorte, drei hier hier. Drei Vorte, drei hier. Fünfzehn. Quatsch. Vierzehn oder fünfeviertsch. Oder so. Drei Vorte. Drei Vorte. Was ist der Look'n! Ich hab den Einten gesehen! Paule! Schliessen auf die Fenster und guckt mir da! Guckt euch den Himmel an! Oh da seht was! Ja, war süß denn! Fynnus Man! 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 Soll es heute regnen? Ja. Vielleicht. Bitte, es soll regnen. Es soll regnen. Alter, wie das regnet. Fuck, regnet das. Ich bewege mich bestimmt nicht hier raus. Alter. Ich bin schon nie wieder da drin. Du kannst bloß rennen, mein Freund. Ja, aber wie das schön ist. Zylinder. Nimm du. Boden. Fuck. Wollen sie die hier rein? Mit dem Regenstirm. Wird gerade eben geblitzt. Wird gerade eben geblitzt. Wird gerade geblitzt. Das war der Sommer. Das ist ein Außen. Ich fahre der ganze Zeit mit dem Rosenmeer rum. Ist das geil. Da muss ich wieder frei gehen. Aber im Auto ist man ja am sichersten geschützt vor dem Blitz. Ja. Ja, ja. Ja. Aus, wenn der reinsteckt. Pritz ab. Ja. Auto ist eh wirklich das sicherste. Ja. Aber wenn der mal richtig rein ist, dann musst du auch zu sehen, dass der rauskommt. Weil das Ding fängt an mit brennen. Wenn der richtig Mauke hat, fangen nämlich die Räder an zu brennen. Ja. Was rangieren sie denn jetzt rum? Ich wäre jetzt dafür, wenn wir in unsere Zimmer rennen schnell. Ich ja. Warte ich mach... Haben wir Films? Nee. Rucksack drüber halten oder so irgendwas? Rucksack drüber halten. Die Tüte? Nee. So, ich mach jetzt ein Auge. Wenn du klau darfst, dann musst du nämlich dein Zeug hier in deinen Rucksack einstopfen. Deine Tüte als Schuhe nicht. Jawoll, mit der Tüte. Ja. Miau. Ich mach nochmal wegs an. Nudeln, ein paar Nudeln. Ein Bier, ein Bier. Jawoll. Perfekte Timing gehabt in so Regen 2. Was? Du denkst du, dass das... Ich weiß nicht richtig Schuhe. Ich weiß nicht richtig Schuhe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie ist dein Handy Bibi? Aaah, aah. Bis zur Wohnung. Zur Wohnung. Das ist unsere BGE. Ist das wegen, ja? Wir sind wieder mit нее. Jetzt ist ein bisschen geblätscher blöd. Ob du sie drin ist, ist leicht warm. Ja. Kann ich auch jetzt raus. Natürlich können sie mal die Lüftung anbauen. Warte, ich... Ja. Es rennt. Ich könnte mir nicht raus. Fuck, ich könnte mir nicht raus, richtig. Ich weiß nicht. 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 Wir haben die Lüftung. Wir haben die Lüftung. Der erste kommt dann nicht aus dem Sitz raus, der kommt dann raus, das drast wie ein Sau. Lässt die Tür schnau. Mir ist Illy, mach die Tür zu. Der Kischler, das ist ein Arschloch. Lässt dann, was ist? Die ist Illy. Sie geht von alleine zu. Moment. Gibt's mir laut? Schön. Schönes Wetter, oder? Schönes Wetter, oder? Schönes Wetter. Alles klar. Ja. Ja. Ja, lecker. Danke, Winke, dass du hilfst. Ja, ich hab sie vermogen. Das wäre verboten. Ach so? Was machst du hier? Mal was Gesundes zuzubereiten. Was machst du hier? Siehst du auch. Max, was denkst du ab? Ich möchte weiter auch unterschmeißen. Ich kann's mal schneiden. Elin, kannst du bitte abhauen. Ich brauch mal in Ruhe. Und die sieht doof aus. Oder bald ist. Nee, ja. Ich hab's gefüllt. Alter! Und ich hab's gefüllt. Und es ist ganz wie nass. Was? Wir grillen im Größen. Ich brauche, was es gibt. Kannst du jetzt bei uns die Tür auf? Auf, lieber Schaden. Nein, ja, ohne. Ich bin nicht verletzt. Aber komm her. Ey, aber das wird jetzt nass. Aber das ist heiß. Ihr Vollidioten! Oh, nein! Oh, nein! Ich hab mal nass. Oh, ich fenn dir! Der Tag ist im Prinzip nur noch Regen und Grillen. Fertig. Ich film heute noch mal. Ich kenne heute bald neue Feuerwerk. Wieaaar. gewööo survey Hey,目 im Zustand. Wieaaar. Wnoaaaar. Feeraerdsyn! byarenlessy! Für keine 175-e wilde Zustand. Ich mach's forró! Darf ich mal kurz durch? Darf ich mal kurz durch? Hallo! Paul, der freut sich, dass es nach Hause geht. Das ist nicht Pädobär, das ist gute Launebär. Nein, denn zu Hause wird er wieder ertrampelt von seinem Butterstück. Sein 1kg Butterstück. Dann? Yeah! Wie schwer ist ein Stück Butter? Seh bitte. Und dann? Einig. Es wird es niekömmlich! Denn alles ist100 Euro. Wann! Naja? Wann? Wann geht denn? Wann? 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.